Amen. Amen. Wir haben eine Frage behandelt, die um die Versiegelung der Priester geht. Und wir haben angefangen, uns die Linie anzuschauen, die Ellen White uns gibt, vom Zeit des Endes bis zum Zweiten Kommen. Und wir haben gesehen, wie diesen fünf Wegmarken unterschiedliche Symbole gegeben werden können. Auf der unteren Linie haben wir ein paar Daten. Und wir haben Phrases, die entweder eine Abbreviation von einem biblischen Termin sind oder sie sind nicht in der Bibel. Sorry, ich kann nicht den Gehörtern. Die letzten drei Also bei den letzten dreien haben wir einen Ausdruck, der entweder eine Zusammenfassung dessen ist, was man in der Bibel findet, oder man findet ihn gar nicht in der Bibel. Zum Beispiel der Ausdruck Sonntagsgesetz ist nicht in der Bibel vorhanden. Und ich weiß auch nicht, ob die Wiederkunft oder das zweite Kommen so explizit in der Bibel ausgedrückt wird. Diese obere Reihe hier sind biblische Ausdrücke. Denen könnten wir einen Bibelfers anhängen. Zeit des Endes, Reinigung des Heiligtums, Mahlzeichen des Tieres. Michael steht auf und der Menschensohn kommt im Himmel oder in den Wolken des Himmels. Ein Bibelfers dafür. Daniel 11, Vers 40 Daniel 8, Vers 13, Vers 14 Gut. Mark of the Beast Revelation 14, Vers 8 Mark at number 8 You meant 9 You meant 9, that's why I knew. Also Offenbarung 14, Vers 9 war, was sie gemeint hat. Michael standing up. Daniel 12, Vers 1 Und dann noch der Menschensohn in den Wolken des Himmels. Matthew 24, Vers 30 Matthäus 24, Vers 30 Sehr gut. Das sind nicht die einzigen Verse, die darüber sprechen, aber das sind die, die wir ausgesucht haben. Für diesen hätten wir auch zu Offenbarung gehen können, wenn wir das wollen würden. Kennt jemand das Kapitel und den Vers in Offenbarung? Da gibt es einige. So we could have gone to Revelation chapter 1, verse 7. Offenbarung 1, Vers 7 wäre einer. Okay, with that. Yes? Okay, so we did that. Das haben wir gemacht. And I wanted to explain something. Und dann wollte ich noch etwas erklären. We've got two options. Wir haben zwei Varianten, zwei Möglichkeiten. We can either create a brand new language for ourselves. Wir können entweder eine nagelneue Sprache für uns selbst entwickeln. Oder wir können die gleiche Sprache nutzen, und ich sage jetzt, wie Ellen White sie nutzte. Aber wenn wir die Sprache von Ellen White nutzen, wenn wir ein Symbol sagen, Sonntagsgesetz, was wir nun tun müssen, dann müssen wir Sonntagsgesetz sagen. Und das bedeutet, es bedeutet nicht, dass wir es nicht glauben. Und auch nicht, dass es nicht wahr ist. How do we express it before? Not really. Also wir gehen ja, oder wir halten ja fest, nicht wirklich. Es ist ein Sonntagsgesetz, aber nicht wirklich. Wenn wir zu diesem gingen, den Vers, den wir hier hatten, ist Offenbarung 14, 9, wir hätten tun können, wir hätten auch Daniel 11, 41, wir hätten auch Daniel 11, 41 sagen können. Denn hier haben wir Daniel 11, 40. Somit würden wir sagen, das ist nicht wirklich Daniel 11, 40, 41. Auf was ich mich beziehe, ist diese kleine Box, die ich hier hingemalt habe, diese Zeitperiode. An diesem Punkt haben wir das Studium unterbrochen. Und dann habe ich gesagt, weil wir uns mit dieser Geschichte in dieser kleinen Box befassen, möchte ich über etwas sprechen. Und ich möchte jetzt diese Thematik nicht weiterentwickeln, aber ich möchte sie dennoch erwähnen. Das ist ein Studium, was Arjan zumindest seit vier Jahren in seinem Kopf hat. Und es handelt sich bei diesem um den alten oder neuen Bund. Wir haben auch unsere letzte Diskussion mit dem alten und neuen Bund geendet. Aber dieses kleine Studium haben wir damit begonnen, indem wir zu dieser kleinen Zeitspanne gegangen sind. Ich habe diese noch nicht definiert. Das hier sind die Priester. Das ist die Geschichte der Priester. Was wir dann getan haben, dann haben wir die Linie von Jesus genommen und haben sie darüber gelegt. Nicht auf die Linie der Priester, sondern ich sage hier diese größere Linie. Aber das ist hier eine Vereinfachung. Was wir nun festgestellt haben, ist, dass 2019, im November, wir das Kreuz markieren in der Linie von Christus. Und wenn man nun dieses Studium weiter untersucht, dann kommt man zu einem Bibelfers. Karl, was war der Bibelfers? Das war Kolosser 2, Vers 14. Kolosser 2, Vers 14. Als wir uns das angeschaut haben, da haben wir etwas entdeckt, was an das Kreuz genagelt wurde. Das, was ans Kreuz genagelt wurde, hat uns geschadet. Es wurde Was wurde es denn? Es wurde für uns eine Last. Und dann haben wir noch einen anderen Bibelfers gelesen. Welcher Bibelfers war das, Roland? Kolosser 3, Vers 13. Galatians 3, Vers 13. Ja. Diese Information, dieses Dokument, wurde uns zu einer Last, zu einem Fluch. Dinge, die dich beunruhigen. Du nagelst sie an ein Kreuz. In irgendeiner Art und Form verletzen sie dich oder fügen die einen Schaden hinzu. Und das lesen wir im Buch 5. Mose. 5. Mose 21, Verse 22 und 23. Denkt dran, Verse 22 und 23. Das ist so, wie es tradelt wurde. So, es heißt, ein tree in dem Original. Okay, heißt es ein Baum. Es heißt, du bist von dem tree, du bist eigentlich von deinem Neck. Denn es heißt dort ursprünglich, dass du an einem Baum hängst. Also, auch mit einer Schlinge um den Hals. Und die Römer haben dich jetzt aber nicht an einem Baum aufgehängt. Sie haben dich an ein Kreuz genagelt. Paul sagt, dass sie das gleiche sind. Somit haben wir jetzt diesen Punkt erledigt. Er sagt, es gibt Abschnitte in den Schriften von Mose, die nun an das Kreuz genagelt sind, weil sie ein Fluch für das Volk wurden. Sie mussten weggeschafft werden. Das ist die ursprüngliche Geschichte. Bringen wir das nun in die Linie der 144.000 und dort hat es eine Auswirkung auf die Priester. Denn 2019 markiert das Kreuz. Und deshalb haben wir am Kreuz etwas, das an das Kreuz genagelt werden musste, weil etwas zu einem Fluch wurde. Was war das? Es war das gleiche, was ursprünglich ans Kreuz genagelt wurde. Dann haben wir die Beziehung zwischen Mose und dem Gesetz erörtert. Die zehn Gebote. Und Mosebücher sind nun eine Erklärung von den Zehn Geboten. Alan White hat den gleichen Sinn und Zweck. und jetzt gehen wir durch eine Zeitperiode der Zerstreuung oder der Wüstenerfahrung. Und wenn du dann zur Sammlung kommst in der Linie Jesu, dann müssen einige Dinge der Vergangenheit beiseite geschafft werden. Geht es nun um die Sammlung der 144.000, dann sind manche Dinge von der Vergangenheit in der Zeit der Zerstreuung, in den 126 Jahren, von welcher Zeit zu welcher Zeit von welcher Zeit sind hier der Anfang und Endpunkt? Sister Sue Ellen Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Jetzt befinden wir uns in einer Sammlungszeit. G für Sammlung und irgendwann in dieser Sammlung wird irgendetwas an das Kreuz geheftet oder genagelt. Da davor war das, was jetzt ans Kreuz genagelt wird, nutzt sich in der Zerstreuung hier das S. Für uns, die 144.000, fängt diese Zeit der Zerstreuung wann an und wann hört sie auf. Ich gebe dir hier die Zeitperiode. Es sind 126 Jahre. Ich weiß, dass du die Antwort kennst. hat es 2014 geendet? Nein. Das war davor. Vorher. Dann muss es wohl 1989 gewesen sein. Und dann beginnt es 1863. Das hier ist die Zerstreuung des Adventismus. Wolfgang? Wann fing denn das Problem hier an? In the 50s? 1850? 1850. 1850. In 1850 sind wir zu welcher Gemeinde geworden? Leodicea. Another church we became. We became Leodicea in 1850. As church. Seventh-day Argentist church. No, a name. Like Leodicea. Which other church did we become? Sardis? A good church or a bad church? You told me. Did we do anything good in 1850? No. So, it's a bad church. Yeah. So, I want you to name both churches. Also, ich möchte, dass du mir hier beide Namen der Gemeinden nennst. From 1863 to 1989. What church did we become then? A church militant. And I want a name not Alan White name. Yeah, Leodicea and Lasardus. That's a church name. So, you don't want to have SDA church. You don't want to have Revelation 2 and 3. One of those seven names. Thyatira. Also, die Gemeinde Thyatira. This one? Die that are four is Pergamos. What is Pergamos? Pergamos experience? Was ist die Erfahrung von Pergamos? Compromise? With? The world. Also, die Erfahrung von Pergamos sind Kompromisse mit der Welt. 1850? We become Laodicean. Sind wir zu Laodicean geworden? Laodicean und die Laodiceanische Gemeinde ist die Erfahrung von der Welt. Or Alan White would call it? Alan White würde sagen, Wolfgang Alan White would call it what? Wie würde es Alan White ausdrücken? Not worldy, there's something else. Sie würde es nicht Weltlichkeit nennen, sondern Spiritual, early writings, frühe Schriften, 269? I think that's going to be wrong. 267? Early writings, 267. Seite 267. Ich weiß es nicht. Alan White early writings 267. You can't find it? I don't have one. Okay. Also ich habe es hier nicht auf dem Computer. Anyone found it? Beside Hat es jemand gefunden? Chapter title. Hast du den Covetousness? Also Habsucht ist die Überschrift des entsprechenden Kapitels. Habsucht bedeutet dem Wunsch danach etwas zu haben, was andere Menschen haben. So if we had desired what God has in Heaven hätten wir danach hätten wir den Wunsch gehabt das zu haben, was Gott im Himmel hat, dann wäre das gut gewesen. Paul would call that Paulus hätte das göttliche Eifersucht genannt. So we should be jealous of the Angels. Wir sollten somit eifersüchtig gegenüber den Engeln sein. Das ist uns gestattet in dieser Form eifersüchtig zu sein, nicht wahr? eifersüchtig für das bessere Land, wie Ellen White es ausdrücken würde. Wir sind aber eifersüchtig gegenüber unseren Nachbarn geworden. Ihr Auto, ihr Haus, Grundstück, ihr Grundstück. Das ist Habsucht. Habsucht für Laodicea. Es sind Kompromisse mit der Welt. Und somit sind wir zu Pergamos geworden. Ellen White ist nun für diese Zerstreuungszeit wichtig oder vonnöten. Ihre Schriften werden die Gemeinde auf Kurs halten. und diese Dinge, die die Gemeinde stabil hielten oder auf dem Kurs hielten, waren ein Segen. Aber wenn wir zu der Sammlungszeit kommen, da werden diese Regeln und Regularien, die ein Segen waren, sie werden nun zu einem Fluch. Arjan gab ein Beispiel dafür. Was war das? Church Organization. Es ging um die Gemeindeorganisierung, die Struktur. Lasst uns nun mal an jemanden denken. An wen denken wir jetzt? Natürlich Nicodemus, nicht wahr? Wo ist Nicodemus denn in der Gemeinde? Er befindet sich in der Generalkonferenz. Und wo ist Nicodemus in der Bewegung? Er ist nicht außerhalb, sondern er befindet sich in der Bewegung. Er tritt ihr bei. Er ist noch nicht mal ein Diakon. Ihm wird noch nicht mal gestattet, dass er die Tische reinigen darf. Er steht vom Rang her noch darunter. Er ist ein Niemand. in unserer Geschichte, wenn Älteste sich unserer Bewegung anschließen, also Älteste aus der Konferenzstruktur oder ein Prediger von der Gemeindestruktur, wie sollten wir sie nennen? Wir sollten ihn Bruder nennen. Wir sollten ihn nicht als einen Ältesten bezeichnen. Für ihm steht dieser Titel nicht zu, es sei denn, sie wurden in dieser Bewegung ordiniert. Bis zu diesem Moment sollen Menschen von sie älter bis zu diesem Moment sollten sie Leute davon abhalten, sie einen Ältesten zu nennen. Sie sollten aufhören, diese Ehre für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Denn ihr Ältesten Amt, das sie aus der Gemeindestruktur haben, wird nun zu einem Fluch für sie und für die Bewegung. Das war ein Beispiel, das hier erwähnt wurde. Haben wir eine Frage dazu? Zu diesem Studium? Die Frage, die gestellt wurde, werden denn die Gesundheitsgesetze an das Kreuz genagelt? Von den Schriften von Ellen White. Wir kennen die Antwort dafür, gehen wir wieder in die Linie Jesu. Als die Schriften von Mose an das Kreuz genagelt wurden, kannst du das weiter ausführen in Hinsicht auf die Gesundheit für die Zeit Jesu? Meinst du das Konzil zu Jerusalem? Noch nicht die Details, einfach nur das Prinzip. Wolfgang? Ja, sie haben doch da über die Thematik von reinen und unreinen Speisen geredet. Und was haben sie am Konzil beschlossen? Unclean ist unclean Unrein bleibt unrein und rein bleibt rein. Grundlegend gesagt, die Heilen müssen den gleichen Regeln wie die von den Juden befolgen. Wer hat da geredet? Es war nicht Paulus. Es war auch nicht Petrus. Jakobus. James. Good. James. Es war Jakobus. So James ist der jenige, der aufsteht und alles vollrichtet. Und er sagt, dass die Regelungen für die Ernährung aufrechterhalten bleiben. und somit auch in unserer Zeit. Wenn es dann nicht noch weitere Fragen gibt. 1850 we are turning to a Leleucine state. 1850 1850 wie das fit. Du hast uns gesagt dass 1850 wir zur Laodizea werden, aber du hast ja ein P markiert wie Pastas. 1850 Bruder Jonathan kann du das explain that? Ich versuche. Wie wir Laodizea oder Pergamos werden? Wir sagen das wie Laodizea in 1850 werden. Wir sagen das als Fakt. Es ist ein Fakt dass wir 1850 zu Laodizea wurden. Die Frage ist warum wir hier ein P markieren. I think because give me a second it has to do with the compromise of Pergamos and I think the compromise was that they should have with the example of the 2520 Harem Edson they should have studied further but somehow Edson stopped his articles and so they couldn't see 1863 anymore and that was because of compromising with worldly things. Okay So we know we know if you go to the seven churches of revelation when we go to the seven churches from 538 to 1798 from 538 to 1798 our church enters into the experience of Thyatira unsere Gemeinde in the Erfahrung von Thyatira eingegangen ist the leadership of the church the leadership of the church the angel of Thyatira the angel of Thyatira allows Jezebel erlaubt Jezebel uns zu lehren und uns zu unterdrücken Jezebel ist das Papsttum die Erfahrung von Thyatira ist die Erfahrung in die Gefangenschaft des Papsttums einzutreten das war 1260 in der Geschichte der Übrigen die Übrigen beginnen nach 1798 verstehen wir dass das Symbol der Übrigen was ist die Übrigen die Übrigen werden durch was symbolisiert ist das Tamina 10 durch ein Zehntel Baba Jonathan Bible verse Amos somewhere in this minor prophet yeah there is one not minor prophet Zechariah major prophet Zechariah is a minor prophet it's not minor prophet it's a major prophet it's then it's Zechariah what so we go to Revelation 11 13 Offenbarung 11 Vers 13 and Brother Roland excellent Isaiah 6 13 Isaiah 6 Vers 13 also man kann zu beiden Versen hingehen und dort liest man von einem Zehntel das ist ein Symbol für das was übrig bleibt wir sagen hier die 12 60 für die Frau das finden wir in Offenbarung Kapitel 12 dass die 12 60 sind für die Frau geht man zu den übrigen ihres Samens dann kommt man zu 126 ein Zehntel ist das in Ordnung Wolfgang ist diese Logik in Ordnung ich habe es nicht wirklich verstanden die 12 60 sind für die Frau wenn man in Offenbarung 12 Vers 17 über die übrigen spricht dann können wir zwei Bibelferse anbringen die wenn man die übrigen beschreiben will auch mit einem Zehntel beschrieben werden wenn nun Frau für 1260 jahre zerstreut wird dann werden die übrigen für 126 jahre nämlich ein Zehntel zerstreut wir wissen dass diese Gemeinde die Gemeinde von Offenbarung 12 Vers 1 Thiatira ist deshalb deshalb muss es für die übrigen auch Thiatira sein das haben wir hier Thiatira sind 126 Jahre hier haben wir die Daten wie sind wir denn nun in die Gefangenschaft gelangt oder in diese Wüste wo wir von dem als wir von dem Papstum verfolgt worden sind wo wir bestraft worden sind als wir bestraft worden sind wir sind bestraft worden weil wir vorher Kompromisse eingegangen sind die 1260 Suellen die Daten bitte die Daten sind 538 bis 1798 Thiatira wie ist Thiatira denn in diesen Umstand gekommen der Grund darin liegt darin weil vorher wir gehen jetzt zu Offenbarung 321 wen haben wir denn in Offenbarung 3 dafür müssen wir ins Jahr 321 gehen Entschuldigung wer ist die Person im Jahr 321 es ist Konstantin Konstantin becomes a Christian an diesem Jahr wird Konstantin zu einem Christ er wurde zu einem kompromissbereiten Christ weil er eine Absicht hatte er wollte die Welt erobern oder seine Welt beibehalten somit nimmt er seine Religion nämlich das Heidentum vermischt es mit dem Christentum somit sagen wir dass das Christentum Kompromisse eingegangen ist mit der Welt und das ist die Erfahrung von Pergamos Somit nehmen wir dieses Modell und übertragen es in unsere Geschichte 1850 1863 1889 das ist der Grund warum wir hier Pergamos und Thyatira haben aber generell gesprochen sind wir Laodizea wir sind der ganze den ganzen Weg hindurch sind wir Laodizea ab 1989 sind wir denn was wir sind Ephesus weil wir zurück zu Nummer 1 gehen weil es die Zeit des Endes ist das ist einfach nur ein Einführungsgedanke in das Kreuz von 2019 das mag nun wie ein neues ein neues kontroverser Gedanke klingen was ist denn hier die widersprüchliche Sache ich wollte jetzt nicht die Definition von Kontrovers was ist denn hier diskussionswürdig über das was gesagt wurde mit einigen von Ellen Whites Aussagen zu brechen das ist ein furchterregender Gedanke für viele Leute aber das machen wir schon seit 30 Jahren aber wir waren uns gegenüber nicht ehrlich genug du kannst nicht einfach die ganzen Zeitsetzungs die Zitate über Zeitsätzen ignorieren und man kann nicht einfach das Zitat Life Sketches 411 erklären es wird keine neue Organisation geben das kann man nicht einfach so ignorieren du kannst nicht einfach nur mit dem Spätregen herumspielen oder dem Ende der Gnadenzeit Zitat über Zitat Das war jetzt nicht ich Das war der erste Bote ist an Alan White mit einer Axt herangegangen und hat sie in Stücke gehauen Das wäre in Ordnung was nicht in Ordnung ist ist weil er sich dessen weil er nicht ehrlich genug damit sie selbst umgegangen ist er hat mit einer Axt gehandhabt und er aber vorgegeben dass er mit einem Skalpell operiert ich bitte euch dass ihr jetzt nicht eine Absicht oder dass er das mit Bewusstsein gemacht hat dass ihr das bitte nicht hineinlässt mit ihren Schriften spielen wir schon lange herum alles was wir tun ist dass wir identifizieren in einer zusammengetragenen Form was geschehen ist und den Höhepunkt erlangt es im Jahr 2019 ich habe eine Frage wir sprechen über das Fraktal der Priester nein also wir sprechen nicht meine Frage sprechen wir jetzt hier über das Fraktal der Priester sagt er nein ich weiß warum du das sagst weil ich habe hier Priester hingeschrieben und 2019 ist mit den Priestern verbunden so ich will explain das in Moment do you know my question no but explain that bit about it is not a fractal the question I wanted to ask is assuming that we talk about the priest the fractal of the priest and we will have a cross for the 144 in the line of 144 thousand as well so do we nail to the cross something there on that line as well okay also meine Frage ist ob wir in der großen Linie wo wir auch irgendwo das Kreuz markieren auch nochmal was an das Kreuz nageln und da sagt er nein auf was wir uns beziehen wir beziehen uns hier nicht auf vier Kreuze Priester Leviten Tempeldiener und 144 1000 2019 ist einzigartig kannst du uns einen Beispiel nennen wo der erste Engel Ellen White mit einer Axt in Stücke zerhauen hat ich denke ich habe schon vier genannt ich lasse die vielleicht vergesst danke Zeit Setzung keine neue Organisation den Spätregen an einen falschen Ort gesetzt Gericht an den Lebenden das habe ich nicht erwähnt aber das ist wichtig 11. September Zeit des Endes Bild des Tieres und so weiter und so fort er ging zu den Schriften von Ellen White und hat sie zerlegt was wir nun machen alles was wir nun machen ist das erklären was er getan hat wenn ich das nun so sage wenn ich das jetzt nun so sage mit der Axt und zerlegen und so ich bitte lese da keine Moral hinein sondern ich sage es war wichtig oder richtig das zu tun das ist Teil seiner Aufgabe gewesen das Problem ist nun dass sie nun her gehen und sagen dass wir die ganzen kriminellen Akte hier voll bringen und Arian erkennt oder realisiert hier nur lediglich wie man hier so etwas erklärt was geschah das machen wir nicht um sagen zu können oh jetzt können wir Alan White außer Acht lassen und jetzt können wir tun was wir wollen denn wir 30 Jahre lang haben wir gemacht was wir wollten also wir haben sieben Beispiele gegeben und wir sind und keine davon haben wir ins Leben gerufen man könnte vielleicht über die Zeitsetzung diskutieren aber auch das kann erklärt werden Fragen das ist ein gutes Studium das ist fruchtbar für viele Dinge die erklärt werden können schauen wir uns die Linie der Priester an ohne nun jetzt zu viele Probleme aufzutun 2014 ist was Sunday Law Sonntagsgesetz no it's Sunday Law das Sonntagsgesetz in unserer Linie in der Linie des Ende der Welt ist welche Wegmarke in der Linie von Christus 34 34 34 nach Christus dann gehen wir zu dem 11. September und der 11. September ist in Jesu Zeit was 27 27 so irgendwo irgendwo hier da dazwischen haben wir das Kreuz 31 nämlich 31 nach das wäre für die Priester und wenn man das macht dann hätte man vier Kreuze aber das da oben machen wir nicht hier unten was ist die Explanation für das die Explanation of that you're not doing that up there down there that would be a fractal experience of what brother Arian was trying to bring forth das war eine Erfahrung im Fraktal die Arian aufzeigen wollte das Prinzip würde aber immer noch gewichtig sein oder funktionieren wir haben hier 1989 bis zum zweiten kommen und wenn man jetzt diese Linie hat Sonntagsgesetz das wäre 34 nach Christus dann wäre das der 11. September 27 nach Christus und auf dieser Linie können wir auch 31 markieren das Kreuz 31 A das wäre 2019 31 B 31 B is what 2021 in der Linie Christus Christus you have the cross and then you have Pentecost Pentecost dann haben wir Pfingsten how many days 50 also wir sagen jetzt 50 Tage vielleicht 52 aber wir sagen jetzt 50 das ist 2021 ja das 2021 das ist die Linie der 144 000 das ist die Linie der 144 000 und im Jahr 2019 ist in dieser Geschichte aber 19 2019 und 2021 sind die zwei letzten Wegmarken für die Linie der Priester und somit vermigst du die Erfahrung der Priester und bringst sie in die Linie der 144 000 Tatsache tatsächlich wenn du diese Linie hernimmst und hier drüber legst machen wir das mal hier haben wir vier Wegmarken welche fehlt welche Wegmarke fehlt hier ist das Ende der Gnadenzeil so in dieser Linie 27 nach Christus was ist das hier vier vor Christus jetzt mögen wir vielleicht einige unterschiedlicher Meinung sein 100 und das hier hier sagen wir 70 nach Christus nimmt man diese Geschichte welches die Geschichte von der Zeitlinie Jesu ist vier vor Christus bis 100 nach Christus und jetzt dieses landwirtschaftliche Modell nehmen dann kannst du das Kreuz gar nicht sehen das Kreuz ist nicht auf dieser Linie also sichtbar das würde und das schockiert Menschen warum weil es das Zentrum der christlichen Welt ist und es ist auch noch das Zentrum von Wessen von Adventisten und die haben ihre Theologie von von Ellen White das ist das Zentrum von der Welt Ellen White und wir haben es einfach ausgelöscht mit wir sage ich die Linie die wir hier kreieren die tut das ausradieren und deine adventistischen Freunde sagen was das ist eine gefälschte Linie das ist noch nicht mal eine Linie wie kannst du eine Linie haben die nicht mal das Kreuz beinhaltet das ist ein großes Thema wer hätte dir dieser Bewegung beigetreten mit dieser Logik Niemand wäre dieser Bewegung beigetreten das ist Abfall ich wäre dieser Bewegung nie beigetreten wenn man gesagt hätte da gibt es kein Kreuz aber es ist da wenn man willig ist das zu sehen dann haben diese Wegmarke das Jahr 2019 und diese kann nicht auf dieser Linie gefunden werden was wir dann machen ist dass wir untersuchen wie die Priester mit dieser Geschichte umgehen der Grund warum wir an den Priestern interessiert sind das hier ist die Linie der 144.000 144.000 und die Priester sind das gleiche wir können diese beiden austauschen 2019 die 144.000 die Priester sind das gleiche kommen wir nun ins Jahr 2019 und wir dort erkennen dass es eine Auswirkung auf die Linie der Priester hat die meisten würden es Raffia nennen das sehen wir dass Raffia für die Priester das Kreuz für die 144.000 ist und wichtige Dinge geschehen es ist nicht so dass es keine Auswirkung auf die anderen Leute hat denen ist nicht so aber sie sind sich dessen nicht bewusst und wir aber schon und wir können nun anfangen unsere Vergangenheit unsere Gegenwart aber auch unsere Zukunft zu erklären wenn wenn wir anfangen die Dinge zu erklären oder abzuhandeln die uns zu einem Fluch geworden sind ich hoffe dass es das erklärt wir sprechen hier über diese Hauptwegmarke die nur über Linien entdeckt werden kann wir nennen oder wir sagen mal dass diese Linie Ellen White und so ungefähr gibt sie hätte das 1798 genannt 1844 mit diesem Hintergrund ist der 11. September gar nicht so wichtig 2019 jedoch schon der 11. September würde wohin gehen wäre irgendwo hier unten können wir das erkennen weil das hier 1844 wäre die zweite Wegmarke wäre 1844 und hier irgendwo wäre 2019 und da irgendwo 2001 was ist jetzt nun wichtiger 2019 und nicht 2001 die Frage nun gestatten wir den Linien unser Denken zu formen oder oder unsere Gewohnheiten unsere alte Gedanken Welt zu formen über alles was wir reden ist der 11. September wir sprechen immer und immer wieder über den 11. September jetzt aber erkennen wir dass 2019 viel wichtiger ist und das ist hier kein Studium kein unwichtiges Studium war ein langer Tag ich kann schon erkennen wie Leute verwirrt sind weil wir zu viele Gedanken im Kopf haben lasst uns das einfach halten 2019 ist das Kreuz und an diesem Kreuz in der Linie von Jesus wurden gewisse Abschnitte von den Schriften Mose ans Kreuz genagelt weil sie zu einem Fluch wurden in unserer Geschichte wurden auch Abschnitte aus dem Geist der Weissagung zu einem Fluch und auch sie wurden an das Kreuz genagelt den Punkt möchte ich dass ihr diesen mitnehmt welche Abschnitte wurden ans Kreuz genagelt wir haben ein paar Beispiele genannt das ist ein neues Studium man muss da noch sehr viel mehr Arbeit investieren und es bedarf einer Person die sich die Geschichte Mose ansieht und untersucht welche Teile sein Mose Schriften verflucht wurden und welche nicht Du kannst nicht Abschnitte von Ellen White nehmen die du magst oder eben nicht magst Das ist Studium ging nicht darum die Details zu erklären sondern es ging darum in Öffentlichkeit ein gutes Studium einzuführen und ich denke dass darin viel Licht liegt was entdeckt werden muss und das um das Prinzip zu formulieren oder um zu erklären warum wir an einigen Schriften von Ellen White festhalten und andere verändern wir lasst uns beten himmlischer Vater wir danken dir wir bitten dich dass du unsere Verstände leitest dass du unseren Verstand leitest und unsere Herzen geistlich anführst führe du uns in diese Wahrheit hinein die du uns eröffnest damit wir die lichtstrahlende Herrlichkeit einfangen die auf dein Wort leuchten in Jesu Namen Amen Amen